Und die sind daneben. So, ich würde sagen, der Marsch war schön. Wir haben aber noch einen für euch. Und der heißt Patriamarsch. Viel Spaß. Das war's. 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 Musik Vielen Dank für die, die das Lied nicht kamen, das war wie Herzschmachsbolka. Musik 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 Renni, tu war, mihen, ma ten, ich bin. Und in Daldor, so blämmas, so blämmas, so blämmas, so blämmas, so blämmas, so blämmas, semmas, semmas, ZANG EN MUZIEK 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 sind. Wir wollten nicht immer so gut sind, wie die anderen sind, wir sind ja Besonderes. Da ist es jetzt einfach so. Normalerweise werden wir unsere Ehrungen immer am 11.11. durchführen oder auf dem Frühschockendecker, aber da wir dieses Jahr so viele Leute zu ehren haben, so viele Jubiläare haben, haben wir gesagt, wir möchten das gerne unter uns machen und für uns tun, wo sie alle dabei sind. Und obwohl die Leute erst ab 1. Januar ihr Jubiläum haben, sind wir ein paar Wochen früher, aber ich denke, das ist hier der richtige Rahmen dafür. Denn wenn wir das auf der KG-Veranstaltung machen, würden, würden wir jede Veranstaltung sprengen. Das würde zu lange dauern, weil wir haben jede Menge Leute zu ehren. Als erstes haben wir zu ehren für 10 Jahre in unserem Musikkorps als aktives Mitglied, unseren Stefan Schöpkens. Stefan! Stefan, was darfst du hin tun? Was darfst du da rein tun? Mach was zu kriegen. Tasch ab, durch! Ja! Stefan, was darfst du hier und schon? Danke! Kannst du von auch haben? Ja, doch. Der Nächste. Der Nächste. Haben Sie viel Zeit mitgebracht? Es könnte dunkel werden, haben Sie Taschenlampen, können Sie anzünden. So. Boah, jetzt sind wir aber los hier. Von 10 auf 20 Jahre, dass ich das noch erlebt habe. Ehrenurkunde. Eh? Ehrenurkunde für 20 Jahre. Für 20 Jahre aktive Mitgliedschaftenmusikor, unser Christian. Christian. Schönen Dank und herzlichen Glückwunsch. Und wenn er noch nicht weiß, was bei ihr ist, kann er zum Kommunikationsschopfen mehr aufholen. Ist doch mal die falsche Warte, ne? Der andere hat sie ja schon. Auf dem Mund, ja. Da war ich ein bisschen. Das war nicht so. Das war nicht so. So, die Nächste. Da haben wir schon wieder hin, mit 20 Jahren. Der Bayer ist eh gestückt. Der Bayer wollte die Steakdose und der andere ist die Geil. Gina. Gina, Kind der Liebe. Auch ihr Herzchen Glückwunsch für 20 Jahre. Unsere Gina, 20 Jahre Musikor. Du darfst doch hin tun. Da wo das nicht nach ist. Aber hier zu heute. Ist zum Weihnachten. Ja, aber ich tischte gerade gar nicht. Wenn Frau hat, dann fällt man immer schon vom Leben her. Ja, dann kommen wir zum nächsten. Wir begrüßen schon wieder, oh, schon wieder 20 Jahre, äh, schon wieder 20 Jahre, unser Markus Thürmann, unser musikalischer Leiter, Markus, auch dir, herzlichen Glückwunsch, 20 Jahre Musikkummer, schönen Dank und ich hoffe, dann noch ein paar Jahre wieder, bis klar. So, entgeht weiter, meine Haare, ist ja, 20 Jahre Musikkummer. Thomas, Janne, ist er noch da? Thomas, Thomas. Auch der Thomas ist 20 Jahre schon bei uns im Musikkorps, leider nicht mehr aktiv, sondern als Förderungsmitglied, aber das haste nicht. Er ist immer für uns da. Thomas, schönen Dank. Danke schön. Danke schön. So, wir kommen zu einer leichten Steigerung von 20 auf 25 Jahre. 25 Jahre bei uns im Musikkorps, das ist schon eine Leistung, äh, auch mit ein bisschen Unterbrechungen, auch wenn er ein dreckiges Hemd anhat, aber das ist ja egal. Und, äh, unser Thomas Brühlz, 25 Jahre und gelder Musikkorps, blau-weiß, alt, nun, gönn. Einmal 25, zweimal 25, 50, hätten wir hier gehabt. So, äh, so, da einmal 25 Jahre ist unser Daniela. 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 Daniela, herzlichen Glückwunsch. Daniela. 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 Ich habe nicht immer gedacht, ich will den Einzeldenner so lange schaffen, in der Sylvia, unter Horst. Ich habe nicht gedacht, ich will den Einzeldenner schaffen, so lange in den Chor zu sehen. Aber noch eine Ahle-Sage ansehen. Aber jetzt haben wir so eine Ahle-Sage, haben wir dazu. Und das ist unser Chorleiter, unser Frank Dillmann, mit 30 Jahren Musikor, Frank. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. So, liebe Leute, da waren unsere Ehrungen gewesen. Und wir möchten jetzt gerne zum Abschluss, möchten wir noch in der Macht spielen. Ist unser Peter Schöpke, ist doch da. Peter. Schöpke uns. Adi, gerade auch, bitte, komm mal her. Komm mit zu mir. Komm her jetzt. Bitte, bitte, bitte. Herr Präsident! Herr Präsident! Herr Präsident! Herr Präsident! Herr Präsident! So, Peter, da kommen so mehr Jungen. So, das ist unser Peter Schöpkins. Wer kennt ihn nicht? Arme runter, Arme runter. Unser Peter ist unser Ehrenkommandant, unser EC-Ehrenkommandant, den wir bei uns im Musikkorps hatten oder im Verfahrenkorps früher. Ja, richtig. Und wir möchten in der Ehrenkommandant zum Abschluss spüren. Das ist in dem Marsch, das ist der Lari da. Und der Peter kennt der Jans Jod. Peter, und ich würde dich bitten, wenn du dafür standen willst, und setzt den Marsch ums Arnstelle, und setzt uns der, du kennst ihn. Du weißt, wie geht. Peter, und das ist für uns eine große Ehre. Lieber Adi, du bringst mich zum Weinen. Ja, liebe, liebe Freunde, hier bei unserem Musikkorps. Ich muss mich fassen. Ich bin der Gründer, einer der Gründer dieses Goa. Dass ich jetzt hier Europiol werde, ist mir eine besondere Freude. Ich habe mich nicht wirklich erfasst. Und es ist toll, dass in Longerisch ein Musikkorps gibt von der KG Blau-Weiß, Alunke. Ich hoffe, dass heute, an diesem Tage, so ein schönes Fest macht. Wenn der Wetter nicht mitspielt, können wir auch nichts machen. Aber ich bin der Meinung, es war trotzdem gut besucht. Und ich wünsche unserem Chor, der KG Blau-Weiß, Alunke, hier meinen Freunden, unseren Lieben, Mädchen und Junge, alles Gute. Und wenn Sie jetzt für mich zur Arena spielen, bin ich schon stolz drauf. Dankeschön. Wir Freunde, drei, vier, auf geht's! Dankeschön. 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 Stopp. Liebe Freunde, also ihr, liebe Damen und Herren, liebe Freunde, die ihr noch heute jetzt hier seid und noch an diesem Spektakel mit teilhaben. Darf ich nur als jetzt hier als Gründer dieses Musikchores nur noch eins sagen. Die langerische Bevölkerung, die Stadt Köln, alle die ihr hier seid und dieses hört, ihr könnt stolz sein, dass es in diesem Urteil noch so ein Musikchor und so schöne Freunde, Mädels und Damen, Kinder und Jungen gibt. Recht schönen Dank. Danke Peter. Thomas Jandra, bitte noch mal ganz kurz zu uns hochkommen. Ja, Thomas, bitte noch mal. Du bist nie hättest, du bist nie glück. Du möchtest mich immer noch vor und vor all dem Jahr. Ja, 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 ja. Du bist nie hättest, du bist nie glück. Du möchtest mich immer noch vor und vor all dem Jahr. Du bist nie glück kin. Ich hoffe, ich hab dir vorhin mal schön was mir gesagt. Du sollst ja warten. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.